Gehen wir da mal Stil rein. Gefällt mir gut. So, Dschungel. Ja, ich hatte jetzt keine Zeit mehr vor euch. Mensch, ihr seid doch in einem Gang, in dem man nicht hin muss. Also, völlig unverständlich. Welche müssen wir? Die 111. oder 110. 110. Und der 79. in die 110. Cool. Komm, geh mal ein bisschen Gas hier. Am Ende des Flurs sind ein Atrium und ein Fahrstuhl. Sei vorsichtig. Ich glaube, auf der Etage erwartet dich ein Kampf. Okay, da war ich ja meine Schottie. Guck mal hier, ich drück nochmal hier Heilung und Luni. So nett. Verstanden. Steh bereit. Ich seh mir das mal an. Ja, seh mir das mal an. Ciao. Nicht schießen! Oh. Oh. Wo guckt ihr denn? Ich bin hinter euch. Ach ja, lass die sich nicht selbst überkriegen. Ich weiß nicht, ob da gerade zwei Parteien irgendwie sind. Aber ich sammle erstmal alles ein und dann schaue ich mal wegen Scheiße oder mich. Jetzt seid ihr doch alle gegen mich. Ja, ich möchte das eh mal scheißen. Das ist ganz schlecht organisiert von euch. Ganz schlecht. So, guck mal hier. Schottgang. Neu. Das steht ganz gut. Perfekt. Ganz mittels. Wir haben ein Problem. Die Fahrstühle sind deaktiviert. So, bam. 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 So, ich muss kurz nachladen. Dauert einen kleinen Moment. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Ich hab's gleich. Kleinen Moment noch. Wir haben's gleich. So, ja. Tschüss. So, nochmal ein paar ab hier. Neu von mir. Ja, ja. Kleinen Moment, kleinen Moment. Mal heilen. Dann nochmal ein Schuss. Na, mal. Dann nochmal ein bisschen nachladen. Ein bisschen lieben. Zack. Zack. Oh, was ist laus? Erstmal ein Abladen. Mal heilen. Bam. Erstmal lieben, das ist wichtig. Ich geh mir da nochmal rein. So, auf die Waffe. Der Exemplarier, ja cool. Er hat man eher drauf kommen können, haben wir ein Youngblood erst gemacht. Egal. So, hier, was du umgekehrt musst. Nice. Fahrstuhl, hast du gesagt, ist kaputt? Ja, dann geh mal hoch. Ich zieh mal weg. Nicht schlecht, geb ich zu. Da gibt's gar nichts mehr zu, Junge. Wir gehen. Der Schritt. Ja, 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 alles gut, alles gut, ja. Ja, du auch. Ja, bitte, Herr Baucher. So, du auch. Ja, komm her. So, zack. Oh, was lila ist? Wird was lila ist für mich? Easy. Ah, guck mal, die Kamera. So, einmal die Patrouille Nummer 1. Perfekt. Aber wir gehen extra hinten rum. Ja, schön leveln. Oh, was lila ist. Ne, meinlich habe ich doch richtig gesehen. Da liegt das lila ist, hier das blaues. Wir sind ja alles einig, nur genug Zeit. So. Ja, schießt du mal. So. Es ist so witzig. Ach, guck mal, da ist ja noch einer. Die Gebäudesperre wurde aufgehoben. Sei vorsichtig. Jorinobos Leute erwarten dich mit Sicherheit. Ja, ich bin bereit. Ich werde dazustoßen, wenn die Situation unter Kontrolle ist. So, Ute 240. Nochmal 30 Etagen höher. Perfekt. 2067. Eine Arasaka-Leibwache stellt sich bei einem Attentatsversuch schützend vor den Tenno. 2071. Arasaka-Sicherheitsleute verhindern einen Massenaufruhr in San Francisco und bewahren die Stadt vor der Zerstörung. 2074. Arasaka-Leute decken eine Terrorzelle in Rio de Janeiro auf. Ja, ich bin nicht mehr. 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 In Kürze kommt es nicht mehr. Oh, heilin Shit. Äh, heilin Shit. Was ist dazu gewesen? Egal. Oh, hier, hier. Ich bin nicht mehr. Haha, nice. Ach so, irgendwer hilft mir. Schütze. Könnt ihr mir? Was auch schon? erlegt das blau würde ich gerne einsammeln das wird ein hartes stück arbeit wo ging smasher da gehen wir rein jungen über muss hier ja gehen die wand rein ja ja er hat auch ein punch gelandet brutal brutal er haut ab er haut ab und er ist jetzt richtig für johnny ich muss mal hier heilen so man die geschütze hier unbedingt weg machen so wir machen es mal wie sie lieb soll da sind schon blick einmal oder ich bin die ausschalten ich darf vielleicht auch level mit ich muss erst mal die kacke ausschalten die nerven so ihr habt noch elite kämpfer oder es ist endlich geschichte was meinst du johnny der wichser ist das muss wohl reichen das war für dich ja das habe ich schon nicht versprochen ok da gibt es nichts mehr zu holen so eine ganze elite soldaten sind dann auch auf einmal weg dann nehme ich hier noch so ein paar geile lms auf ach damit hätten wir den killen sollen na sowas das habe ich jetzt irgendwie in der hand ich habe trotzdem noch meine waffen das hat mir keiner gesagt du brauchte ich nicht ganz schlecht ganz schlecht so smash erledigt und und